Was nichts kostet, ist auch nichts. Ist Ihnen das als Kind auch eingebläut worden? Nun, es mag so einige Umstände geben, wo diese Volksweisheit zutrifft. Aber es gibt definitiv einen Fall, wo der Volksmund irrt, nämlich bei Online-PR-Portalen, die Sie gratis in Anspruch nehmen können, wenn Sie als Freiberufler, selbstständiger Kleinunternehmer oder Internet-Marketer diese kostenlose Portale im Internet nutzen, um dort Ihre Presseartikel und PR-Berichte zu platzieren. Werden Sie das an Ihren Umsätzen spüren, und zwar positiv. Lassen Sie sich daher helfen von meinem eigenen Windows-Programm, der Artikelmanager. Sogar als völlig Unbegabter werden Ihnen damit auf Anhieb überzeugende Presseberichte aus der Feder fließen. Und außerdem hilft Ihnen dieses einzigartige Programm dabei, Ihre fertigen Artikel anschließend mit wenigen Mausklicks auf hunderten von Portalen zu verteilen. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsunion.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher